Dankeschön So, next day Neue Waffe haben die gesagt, ne? Oh, geile, eine Paintball-Waffe Okay, die nehme ich auf jeden Fall So Okay 5, 4, 3, 2, 1, let's go Ich mag diese Waffe Ah, die werden größer, aber könnten auch dadurch sterben Also die blauen Schweine wachsen, glaube ich, dadurch Oh, das wollte ich gar nicht Okay, dann will ich jetzt mal so schneller Sehr viel schneller Okay, das war jetzt echt schnell New pick-up at the grinder Nice After we're done chit-chatting here I'm gonna open that barn door And you get out there And do your job So, mal schnell gucken wegen dem Wegen dem Grinder, was haben wir denn da? Ah, okay Oha, hallo Oh, die Waffe ist cool Ey, geh weg Und wir färben die ganze Welt einfach mal in Farbe Sehr gut Ob next Oh, ich kann's gut drückhalten Schön Hallo Ich hab alle fertig You see That wasn't so tough You made it Explore the tunnels Nein, ich hab Angst vor den Tunnel Ich will da nicht rein Don't forget to grab a second weapon off the wall I don't want you going out there with just a pistol Ich hab immer ne andere Waffe dabei Alles cool Meine neue Lieblingswaffe Glaube ich Und alles wieder auf anfangen Eins weniger Ich weiß nicht, irgendwie ne Elektrowaffe oder so Sag jetzt nicht, dass der Hintern von denen Der Hintern von denen ist ja eine Schwachstelle Ach Und die bleiben, glaube ich, stehen, wenn man auf die schießt Weil das irgendwie ablocken, glaube ich Ah, das ist ja Okay, gut zu wissen Zumindest haben wir es am Tag 23 ja schon mal rausgefunden, ne So Hallo Hallo, Herr Farmer Oh Gott Oh, come on, what? Too soon? Nein, eigentlich nicht Well, it's a new day and a new chance to survive Sorry, that's all I got for you Really Okay Ready to burn Was ist das? Ist das nur ein Teil? Ja Einer ist noch Okay, ich habe auszusehen Alle fertig gemacht Ich dachte, einer ist fehlt die ganze Zeit noch Ups Hi Hey Yeah Warte, du hast was gemacht? Just remember When you're alone And life is making you lonely You can always go Downtown Well, maybe you can't I'm stuck on this wall Hey Hey Watch where you're pointing at I can't even see anything in here Hey You know That's really starting to get annoying That's really starting to get annoying Aw, come on Do you really want me to die? Why do you keep shooting me? Ha 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 Yeah, I get it Shoot the farmer in the face Yup, make him bleed Real funny Every time you do that I just get a little bit more angry Each time a bullet goes whizzing past my head Oh my god Ehm Okay We start this level Okay Ich wollt nur mal gucken was passiert Ich glaub wir haben uns danach selbst gefressen Just remember When you're alone And life is making you lonely You can always go Downtown Well, maybe you can I'm stuck on this wall Maybe you can I'm stuck in this wall Achso ja, hier ist wieder diese unsichtbare Wand Ich such grad weiter Schweine dich grad so ein bisschen Schon mal aus der Entfernung wegnehmen kann Damit sie weniger werden Damit sie weniger werden Neun Gegner noch Wo versteckt ihr euch? Einer ist da Einer ist da Einer kommt auf mich zu Der andere rennt da hinten Einer klemmt auf dem Dach fest Oh mein Gott Oh mein Gott Einer ist da Einer ist da Einer ist da Einer ist da Revenge die Ich liebe diesen Revenge die ne Kommt alle. Das Ding hat sich schon früh. Ach gut. Parke 27. Okay, du kennst den Drill. Du holst eine Wehpfe, ich öffne die Tür und du gehst und blazeln. Möchte alles, was bewegt. Entschuldigt? Das mache ich doch immer. Okay, die halten echt viel aus jetzt. Ich schwöre es euch, ich fresse euch zum Frühstück zu machen. Los, trau dich. Du auch noch, komm her. Laufst du aufs Dach drauf. Das ist jetzt doof. Warte, vier Gegner noch. Zwei noch, das ist einer. Die Waffe ist nicht gerade gut um viel Schaden zu machen. Das ist wirklich so eine kleine Pfannenwaffe glaube ich. Oder die Gegner waren einfach darauf ausgelegt, viel zu überleben. Seitdem wir auf einer Farbe, wissen wir, wo die Russen ihre Milch bekommen? Moskau. Entschuldigt? Oh Gott. Oh, komm, das ist lustig. Es ist ein Ort. Es ist ein Ort. Es ist ein Ort in Russland. Ah. Oh. Du, knallst du deine Chance. Du, knallst du dich. Du, knallst du dich und du freezem dich und du... ...dass du, was du gemacht hast musst und was dein Plan für Angelegenheit ist. Denn wenn du schon, gehen wir ab, ist alles in der Abgebung gelb. Die Abgebung besteht aus dem Spiel. Hallo? Ist jemand hier da draußen? Oh ja. Mach da. ein schuss nach dem anderen setzen diese geräuschkulisse mit denen ist so gruselig ich glaube es waren jetzt gerade die letzten nein 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 geht weg geht weg geht einfach alle weg was stand da gerade ein gegner noch auch die metallschweine die klingt so heftig so durch you two 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 tension Wenn du zurückkommst und hier verbreitetst du mit Blut, jetzt weiß ich, dass dein Job fertig ist. Okay. Und du hast alle letzte von ihnen ausgeschlossen. Awesome! Awesome! Hey, was geht? The weather is nice and it's another great day for shooting shit on my farm. You have no excuse for hanging around here unless you just want to hang out with me. Okay. Tschüss. Weiter geht's. Schweine töten. Ich liebe Bacon. Hier ist sonst nichts mehr. Okay, die Stahlschweine werden auch immer mehr. Hallo. Ey. Oh Gott. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Ey, ich hab den hinterher nicht gesehen. Okay, das war doof. Auf jeden Fall. Wir machen das auf jeden Fall nochmal. Vielleicht soll ich eigentlich überspringen? Leert hast du da so? So. The weather is nice. And it's another great day for shooting shit on my farm. You have no excuse for hanging around here unless you just want to hang out with me. Ich hab das Gefühl, dass du stärker. Hallo. Oh, komm. Ich hab Munition für die Waffen vergessen, verdammt. Der Waffen voll, verdammt. Okay. Hey. 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 okay ich brauche vielleicht doch gleich langsam mal eine wasserpumpe nachher stimmt die können ja die können ja auch einfach darüber weil das ist halt bei hmm ich überlege gerade wie ich jetzt einen pro rankommen kurz wird zurück an die wasserpumpe ran weil sonst köpfe ich darum so das muss jetzt ein boss gegner da